Here it is. So geht's los. Es ist die letzte Neuproduktion von Calmos, auf der ich zu hören sein werde. Es ist ein bisschen besonders dieses Mal. Dieses Programm soll Grenzen verschwimmen lassen. Eine sehr vielfältige, spannende und abwechslungsreiche Mischung. Eigentlich so abwechslungsreich wie irgend möglich. Gefühlsachterbahn. Unfassbar schöne Musik. In die wir zusammen sehr viel Herzblut gesteckt haben. Und es funktioniert. Langweilig wird es dabei nie. In diesem Sinne, here it is. Here it is. Ooh, here it is. Here it is. Here it is. Here it is.